Tüüü! Tüüü! Tüüüü! Tüüüüü! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Interessiert euch das Thema Handy? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Hey, ich habe gestern meinen neuen Freund kennengelernt auf WhatsApp. Ah, oh, kennst du den? Nein, eigentlich nicht. Aber du weißt schon, er könnte dir etwas antun, er könnte dich entführen oder er könnte dich sexuell belästigen. Wirklich? Ja, du kennst den nicht, du weisst nicht, wer dahinter steckt. Also, passt auf, wer ihr edit oder kontaktiert auf WhatsApp, Snapchat, TikTok und so weiter. Weiter geht's mit Bildschirmzeit. Im Durchschnitt sollte man als elf- bis zwölfjähriges Kind maximum eine Stunde Bildschirmzeit pro Tag haben. Wenn man zu viel Bildschirmzeit betätigt, kann es zu Kopfschmerzen, Augenschlimmer und Zerstörungen kommen. Also, passt auf, wie viel Bildschirmzeit ihr betätigt. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thema, Lernen. Man kann selbstverständlich auch etwas lernen, zum Beispiel auf Anton oder auf Lernvideos. Das war es auch schon von uns über das Thema Handy. Ciao, Kaka!